Und Ivan Rakitic. Suarez. Herrlich gemacht! Jetzt sieht er ab! Und jetzt hat sie es! Der Tor! Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Ist die eine Runde halbe. Modric.